um jetzt einfach neben explodieren er ist nicht die andere Richtung gelaufen ja oder schon krieg und da geht das in löchern boden jetzt kommt zu uns wir haben hier kommt sind hingelaufen bis eine reingekauft gemacht hast kommt zu mir nein ihr kommt zu uns achtung enderman und zombie und ja nicht einfach nicht angucken juli lauf die erde erschreckt oder was es sah übel so aus weil du guckst dahin und sprichst einmal hoch ich schlacht hier gerade noch die kühe juli ich weiß jetzt eigentlich blöd ist dass wir das ganze essen haben ja wir essen ok ok jannis hier kommt mehr ok ich würde am meer entlang gehen da ich nicht sind nicht so viele bäume und da kommt man einigermaßen schnell voran rechts lang links lang rechts ok weil die anderen sind ja in der richtung juli das erzielen nach so schön jetzt von denen weg laufen warum wir genau 22 teams man schlecht wenn man einen aufnimmt die die deine mutter style jawohl die macht es auch so weiss die macht es härter junge ich habe das da Stuntlegs drin oha guck mal wie geil das aussieht achso du bist da unten noch guck mal wie das aussieht voll geil da oben das haus drauf ich bin auch schon oben schafe wären geil das sind wir betten ja wir brauchen ja noch ein paar eins um genau zu sein ja ich habe ich habe wolle wie viel 20 ja ok das reicht ach guck mal da hinten sind die ach ne Leute das ist ja alles ja wir kämpfen oh god alter übelste freemen im brüchner ich glaube ich muss jedenfalls meinen pc neu starten das muss ich nachher machen ja alter das liegt übel das junge boah juli wo bist du ich bin recht von dir der läuft auch noch vom baum runter bist du tot ne aber da ist ein creeper könnt ihr euch mal euren kleinen arsch mit uns bewegen ich habe keine ahnung wo ihr seid äh juli hast du schwarzpulver nur nö ne oh achten o achten ich sehs krass krass gesehen ich habe mich gerade auf ich würde zulassen wenn jetzt jemand von euch stört das sind wieder mega viele schweine hallo kabo also ich bin unten nicht von da nicht von da von ganz unten ja ich habe echt keine ahnung wo ihr seht wir sind bei minus 868 und minus 939 wir sind bei minus 1250 ihr seid weggelaufen nicht wir ja ihr wolltet uns nicht hinterher kommen und ihr uns nicht wir waren aber zuerst hier hier ist voll die geile landschaft ja mega wüste die richtung von der wir kommen nein die lau die laufen parallel zu uns bloß viel weiter rechts sagt dass darunter geht junge warum so wichtig ganz steiler abhang bei meinem glück ich springe noch nach vorne guckt nach unten und schrei also jetzt verpiss dich denn jetzt warum warte mal warum bleiben wir nicht einfach da klatsch ich war weg janis warte mal warte ja willst du wir können hier auf der insel bleiben und dann ausbauen und dann du bist schlecht lass darüber latschen wohin darüber und dann das so rechts am wald vorbei weil da ist ein wald ja auf was hast du bitteschön deine normal normal plus von 96 weil ich hab auf warte ein geiler aussicht von kürbis an der jetzt jonas die kürbisse alter diese handlicks ja okay ich war jetzt von jetzt schon wieder also ich hab 37 leder das reicht für eine bibliothek sagen wir laufen hier am wald vorbei und nicht am durch den deutschen wald oder okay zu den unten und weil dann kommen wir auch den anderen bistle näher wird da ja hoffen wir mal was nur dann klären schrägstrich der schritt Let's play battle Let's play battle Lol wie weit gehts da runter Let's play battle Mach irgendwas produktives Ok da Oh man Da schnippst du zurück Genau Weißt du eigentlich noch laufen? Was? Ja Wir müssen uns mal einen gescheiten Standort suchen Ja ihr setzt mal laufen Also ich find's hier cool in dem Wald Weil da ist Sand, da ist flach Komm mal zu mir, ja komm mal zu mir Wo bist du? Jetzt komm nach rechts, 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 rechts Hinter dir Da ist übel drum, aber Richtung mehr Ja genau Ach so da Jetzt ich seh's Ich find's hier cool Wie wär's? Guck mal da oben Guck mal da wo der Wasserfall rauskommt Ja Wenn wir da oben drauf bauen Fremde, ich hab das Oder? Ja weil hier ist auch eben Hier können wir dann fett Genau, Bäume Wo seid ihr eigentlich? Keine Ahnung Woah What the Alter Ein halbes Herz Ein halbes Herz Was? Was? Was macht ihr? Ich hab mal ein halbes Herz Ich hatte ja auch ein halbes Herz Was sollst du denn machen hier? Du wohnst Schuss von Bär kommt doch eine Sprecher Aber geil Alter Schlucht 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 Ich hab dich noch nach unten fliegen sehen Und ich direkt hinterher Oh mein Gott Wie komm jetzt da hoch? Bei Deppen allein unterwegs Ach du Kappel ist so Das kann ja nur gut gehen Ne aber ich hab Bretter Nein nimm nicht Bretter Nein 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 Alter Junge Alter Junge Fick dich du keine Hunde Alter Willst du mich verarschen? Ja Juli ich kann leider nichts weg Ach spinnauge Scheiße Ich muss jetzt über 1000 Blöcke laufen Willst du mich eigentlich verarschen? Warum geht ihr zwei eigentlich zusammen? Ja Aber Juli die Schlucht ist gar nicht mal So groß Ich will nicht laufen Wie weit irgendwas Bei welchen Koordinaten bist du gerade nicht raus? Was? Boah Ich baue das mal zu Nicht dass wir da wieder reinfallen Jonas Welche Koordinaten bist du? Nein nix teleportieren Alter ich muss über 1000 Blöcke laufen Junge Pech Ja Wirst du an meinen Schütze Otter auch rumgeheult? Sag du mal deinen Mund Ach immer Ja ich hatte sieben Diamanten und mit determ Taten Ich hatte sieben Diamanten und Limitar um Via